und herzlich willkommen zurück zu ja genau das wir sind immer noch hier und müssen die sachen da hinten machen die da stehen wir sollen sollt der wache sollt der wache was heißt das eigentlich sollt ist das nicht geld ja eigentlich schon so sollen wir es klauen ja es kann sein dass unsere beiden freunde da die gehen glaube ich jetzt gleich wir müssen ja auch irgendwie hier rüberkommen ohne ich lute noch mal kurz hier unten ja pass auf die kommen jetzt wo lang laufen sie denn rechts an dem haus vorbei aber ich glaube die kommen jetzt nicht rein okay und die ganz viel lootzeug deswegen das will ich haben vielleicht brauchen wir das noch weiß ja ja guck mal die laufen jetzt hier rum jetzt zur linken seite ja ich bin jetzt hier unten online ist schon wieder so ein seil auf gottes willen wo bin ich denn gelandet hier muss man die ganze zeit seil action machen nein keine seil action aber was machst du denn auch da unten okay ist ja halb so wild es funktioniert schon leck mich am arsch ist alles gut bist du safe ja ich bin safe ich sitze immer noch auf dem dach also ja gut ich muss mich hier rum schwingen ich bin in der mitte okay das ist auch gut du kannst wenn du willst schon nach links weg gehen das ist ein seil was da weg geht oder ja okay geht auch mal hin ja ich muss warten weil der läuft hier gerade ich bin schon mal da musste leider unten lang warte mal ich habe keine lust zu warten was du weil wir verliehen noch leben dadurch wir wollen noch mehr leben als statt weniger tatsächlich das sind keine leben das ist dieses nee rot geht weg wir haben jetzt noch weniger gut als vorher ja immer die hälfte wenn du stirbst locker macht dass wir noch weniger leben haben also soviel sagen zu dass wir leben finden wollen erstmal ganz runter so oh nein hier ist wieder was zum schwingen aber ich glaube da können wir auch hochklettern jetzt müssen wir nur gucken dass wir genau dann abpassen wenn die da jetzt gerade nicht drüber gucken müssen wir darüber oder können wir auch hier hoch ja ich meine einfach nur dass sie dich nicht sehen weil die gucken darüber wenn die patrouillieren naja ich verstecke mich gerade jetzt gucken die drüber die habe ich eh gesehen oder hat er nicht aber das ist ja aufmerksam der typ ach du scheiße das wird hier richtig schwer na ja das sind drei seile hintereinander da guckt er immer noch jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr nur der guckt doch oder der rote ach der ach gott den habe ich gar nicht gesehen okay er ist weg ja das wird ja lustig hier dann mach du es mal zuerst das wird ja richtig jetzt nicht sie ist jetzt schon okay erst mal ausrichten ja nee das war nichts so ja so muss es da da gibt es auch einen anderen weg bestimmt wieso steuere ich jetzt mein klo dass wir klo gerade in der klo gerade weil ich nicht spawnen kann wie die da oben stehen hallo kann mich nicht spawnen wenn du klo bist ja also du willst du hoch ach man kann auch noch hochklettern ja das meinte ich eigentlich ja unten sind halt auch ist auch ein weg lang da willst du jetzt mit dem klauen nein ich will nur gucken wie man hier durchkommt guck hier unten aber da müssen wir erstmal hin das ist gut glaube ich ne ja ja deswegen wollte ich einmal gucken hallo ja deswegen wollte ich einmal gucken ob man das kann hat viel spaß ich warte hier sind die noch aufmerksam nö aber ich sehe keinen doch die stehen da immer noch aber die sind nicht aufmerksam die stehen einfach nur da hallo hatte ich einer gesehen nein doch hatte ich gesehen aber er hat es ignoriert wird aber gut gelaufen so ich bin jetzt hier unten auf jeden fall drin da wo mein klo hingelaufen ist halt ne ah ok ich bin da jetzt auch drin perfekt da ist einer rechts hier ist sowieso direkt wieder komplett hell aber da ist einer unter uns ist einer unter uns da ist ein gegner ich sehe nur ein hatte was macht der schläft ja nie der kurze komisch da mit einem klo problem ist halt wirklich unser leben ne ja hier ist eine tür was passiert wenn ich dem jetzt er geht gerade der hat was zum heilen dabei perfekt das heißt wir müssen den umbringen unbedingt okay ich bleib mal hier unten kurz oh shit der bewegt sich falsch sehr gut sehr gut sehr gut dann kommen wir am besten wieder hin nein das ist kaputt kann man die will klauen noch die leute es geplatzt an dem schrank ist noch was in dem schrank rechts von dir also die flaschen kann man anscheinend klauen und wenn man die töte in die kaputt er ist ja immer noch da das zeug hier wir wissen was ja du kannst noch mehr aufnehmen wir können was herstellen hier links am tisch wie kann was herstellen links am tisch bei mir hier ja aber das problem ist wir haben keine ressourcen oder hier sieht man ja viel das ist ja der wahnsinn stellt vier ich habe die ich kann was zum leben zum heilen herstellen oh sehr gut mach ich mal ne ja ja auf jeden fall oh bitte so und feil stelle ich auch noch her da kann ich einen herstellen ne zwei kannst du noch eine herstellen guck mal hallo nicht da drunter verstecken hallo äh ne ich kann gar nichts herstellen wie gar nicht das aussagen eingesammelt oder ja aber ich habe kein goldharz zum beispiel und ich habe keinen nicht genug eisenerz also ich habe nur zwei eisenerz weil du das immer alles hast kann ich das irgendwie droppen weiß nicht oder kriege ich das vielleicht ich kann nur herstellen das kann sein wie viel zwei eisenerz Okay, wie viel goldHarts Null 1 1 1 Interestingly Ich hab 1 1 1 also ein insekten- und einmal Sporen und einmal giftige твоi Du meinstaching ist malen ja genau Ja genau Ja da steht ja auch 1 1 Du musst unten gucken oder oder oben 1 1 1 1 1 Ja genau 1 1 15 1 1 1 1 1 1 Ja dann hast du wahrscheinlich nicht Ich hab 8 15 Goldherz OK dann ist es doch nicht Dann ist es getrennt So, warte mal, ich haie uns mal, oder? Ja, bitte. Blub. Oh. Oh, guck mal, wie viel. Ja, davon habe ich jetzt noch zwei. Nice, okay. Erstmal wieder hier hoch. Wir sollten vielleicht mehr mit unseren Klonen machen. Ja. Also mehr mit den Klonen arbeiten, hier die Eins drücken und damit erstmal rumlaufen. Und jetzt lauf. Bin ich jetzt der Klon? Ja. Okay, hier steht, oh Gott, hier ist ja volle Party. Echt? Oh, nee. Ja, ich stehe kurz vorm Ausgang hier, von einem, und da ist volle Party. Oh, Gott. Na, geilo. Aber guck mal, ich bin nicht geheilt, nur du, ne? Echt? Hm. Ja, wenn du das nächste Mal stirbst, kriegst du die Hälfte von meinem Leben. Oh, ich habe, glaube ich, gerade alle aufgescheucht. Ja, meiner ist ja noch hier. Ja, da, wo du jetzt reingehst, ist richtig Action. Ja. Ich sehe es. Okay, wie kommen wir hier weg? Was kann man denn da links machen, wo du bist? Was ist denn das hier für ein Ausgang? Höchstens... Oh, das hat mich erschrocken, ey. What the fuck? Föreigung. Über mir direkt steht eine Wache. Und da geht aber auch ein Seil runter, da, wo die Wache ist. Warte. Ah, versteck dich. Glocke, er hat dich doch gesehen. Ja, aber ich dachte, ich kann ihn dann trotzdem... Mich hat er nicht gesehen, nur dich. Ich dachte, ich kann ihn dann trotzdem töten. What the... Äh, da kommen immer mehr. Da kommen immer mehr! Wie, der krabbelt jetzt hier rein. Er guckt da rein. Lol. I can't find him anywhere. What? Jetzt musst du die Hälfte meiner Leben haben, die ich jetzt habe. Ja. Ja, stimmt. Aber alles geplant. Wir wollten nur leben, äh, ne? Das ist voll anstrengend, ey, das Spiel. Also, anstrengend ist schwer, tatsächlich. Ja, ich finde das auch ziemlich schwer. Mano, der hat mir einen Klon kaputt gemacht. Warte mal. Ah! Warte mal, hatte ich gerade auch so viel Leben? Oder hat mir einen Klon auch Leben gekostet? Das weiß ich nicht. Ich dachte, das mit dem Klon ist gelb. Nee, das kostet... Okay, Klon kostet gelb. Was auch immer gelb ist. Gelb, ja. Gelb ist wahrscheinlich dann, äh, Klon-Elixier oder was. Keine Ahnung. Okay. Verstehe. Ja. Wir müssen ja irgendwie... Okay, ich versuche jetzt was riskantes, okay? Ich verstecke mich jetzt erstmal in dem Fass hier. So, jetzt sehe ich ein bisschen was draußen. Ich weiß, welchen Typen. Ich weiß aber, welchen wir als nächstes töten können. Welchen Typen. Der ist komplett alleine. Okay. Ich habe ja auch einen bei mir, der alleine ist genau über dir jetzt, wo du rauskommst gleich. Aber die sind auch alle alarmiert, pass auf, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ich bleibe jetzt erstmal hier unten drunter. So, der eine ist schon mal besänftigt. Eher noch nicht. Müssen wir warten. Seht so. Beruhig dich einfach mal. So. Erstmal was klauen. So, ich kann... Ich versuche jetzt einen... Nee. Oh, jetzt geht der zu mir. Nee, jetzt geht der zu mir. Ich versuche jetzt einen zu töten, ja? Ich weiß nicht, ob das gut geht. Oh mein Gott. Ja, der ist erstmal weg. Okay. Der liegt jetzt halt hier rum. Das ist ziemlich doof eigentlich. Okay. Jetzt habe ich die Wache über dir. Vorhin, wie er uns gesehen hat. Let'sch. Der hat auch... Ich glaube, man muss die vorher beklauen. Ich versuche erstmal, die Leichen zu vernichten, ne? Die ich jetzt gemacht habe, die zwei. Ja. Oh, einer ist schon mal weg. Okay, draußen könnte jetzt so halbwegs safe... Nee, hier sind noch viele mehr. Was passiert bei dir da? Äh, metzelt irgendeiner ab? Ja, ich töte auch gerade jemanden. Okay. Oh, oh. Geh einfach weg. Geh einfach weg. Das war knapp. Geh einfach weg. Okay, man kann die vorher beklauen übrigens mit E. Okay. Da geht die Treppe wieder hoch. Das ist aber super schwer. Geh wieder runter. So. Hier ist ein Goblin-Freund drin. Ist ja lustig. Ich befreie mal ganz viele Goblins, ne? Ja, mach mal. Hallo, Freunde. Der war jetzt nicht so begeistert. Ist einfach weggerannt. Loi. Der rennt einfach los. Ah, nee, das bist du. Hä? Nee, wer ist das? Hä, was macht der? Renn weg. Hallo? Okay, er ist verwirrt. So, dann komme ich mal zu dir. Jetzt haben wir schon ein bisschen was weggeräumt hier. Der Typ macht ja auch hier Unruhe. Ja, da sind halt noch zwei. Einer kommt uns jetzt dagegen. Vorsicht, Alex. Alex. Wir die gleichzeitig töten. Die Fackel muss aus bei mir, glaube ich, gleich. Danach, wenn der weg ist. Ist er noch da? Kann ich wieder rauskommen? Ja, der steht da jetzt an der Reling. Oh, erstmal Licht aus. Ja, warte, der kommt jetzt. Vorsicht. Blocken sich gegenseitig. Fuck. Warum auch immer. Ja, ich weiß nicht, ob der andere Goblin vielleicht jetzt... Oh Gott, wir müssen unten rein. Ja, bin unten drin. Ja, das ist der andere Goblin, der hier Stress macht. Los, tötet mal den anderen Goblin, ihr Arschgegen. Aber jetzt können wir vielleicht reingucken hier in die Kaserne. Taserne. Nicht Kaserne, Taserne. Kaserne. Taverne. Da ist tot der andere Goblin. Okay. Wo, ich trau mich da ehrlich gesagt nicht reinzugucken, ne? Wo denn reingucken? Ich hab da auch schon einen getötet, ne? Okay. Einer geht noch immer rechts die Treppe hoch. Lol. Was denn? Ah, da ist einer. Genau, der steht da immer und einer läuft immer Trepp rauf und Trepp runter. Ah, der kommt da hier über uns gerade. Genau. Äh. Und den kannst du jetzt holen. Genau, sehr gut. Okay, einer weniger. Der andere interessiert das halt nicht, genau. Hier, ich bring dir einen Freund mit, guck mal. Oh, ich komm den. Ja, hallo. Geht nicht. Oh. So, wie kriegen wir den jetzt? Aber der steht ja echt scheiße da, ne? Ja, wir müssen den irgendwie ablenken. Warte mal. Kann ich nicht. Was ist denn jetzt? Oh Gott, hier ist auch einer. Hier sind überall Gegner. Äh, okay, ich hab ihn. Man kann ja unter den Tischen lang kriechen. Das ist zu krass. Das kann man bei keinen anderen spielen, ne? Ja. Über uns läuft noch irgendwas. Irgendwo läuft hier was noch. Hörst du das? Ja. Ich glaube, das ist der, ach, das ist der draußen. Oder? Geh mal hoch, warte mal. Ich bin hinter dir. Guck mal hier rein. Äh, ja, da ist einer drin. Was ist hier drin? Was ist denn hier hinten noch? Hier ist auch noch eine Tür. Und hier ist ein Fenster. Ich geh mal durchs Fenster erstmal. Hier ist einfach, hier ist eine andere Tür. Auch ein Dietrich, okay. Das ist wahrscheinlich der gleiche Raum, ne? Ja, ja, genau. Oh, falsche Taste. Aber. Gibt's da was bei dir? Ja, ich kann hier in den Raum. Oh, hier kann man höher bei mir. Gefasst gefunden. So. Ähm, ich kann hier auf jeden Fall auch rein. Glocke, renn um dein Leben. Das ist alles ruhig. Versteck dich irgendwo. Ich hab mich grad versteckt in einem Kleiderschrank, also. Ich bin irgendwo hochgeklettert, da standen auf einmal zwei Leute auf mich rum. Der ist ja auf unserer Etage jetzt, der Typ. Mhm. Oh Gott, er ist bei mir im Raum. Hilfe, er guckt genau auf mich. Alles gut, Alex. Chill. Ganz ruhig. Nein, er macht die Tür auf. Er hat mich gefunden. Warum? What the fuck? Bin ich tot? Nee. Doch. Jetzt. Das ist halt krass. Wir gehen wieder raus. Wir haben mich denn gesehen, ey. Ich hab keine Ahnung. Der hat mich echt gefunden. Es stinkt anscheinend. Hallo. Du kannst halt von hier auf irgendwie... Alter, was mit der Musik auf einmal los. Da reingucken. Wieso? Die Musik ist wie viel es laut bei mir. Als ob irgendwas krasses, episches passiert. Mann, du hast da gerade Spaß, oder? Ich hab den jetzt getötet. Der ist jetzt tot. Der, der dich getötet hat. Der hat auch einen getötet. Hier, setz dich mal hier hin. So, gute Nacht. Na. Einen sollten mehr für uns. Wo bist du? Ich hab das sollte hier in den geschlossenen Raum gekippt geholt. Okay. Warte, ich mach mal auf für dich. Gut, dann müssen wir sollte erwachen, den letzten, ne? Ja, ich muss mal kurz die Musik gleich machen. Die ist ultra laut auf einmal. Hallo. Hallo. Oh. Na ja, auswahltest du vielleicht nicht machen. So. Äh. Ja, das war ich. Wir haben schon 20 Minuten übrigens, ne? What the fuck? Wieso geht das so schnell bei dem Spiel? Ja, das ist echt krass. Ja, komm, wir müssen noch einen Speicherpunkt finden, ne? Ja, würde ich auch sagen. Komm, wir gehen hier wieder raus. Ja, hier ist der Typ, der... Achso, okay. Da hast du Dietrich benutzt. Ne, ich hab keinen Dietrich benutzt. Ich hab den einfach geöffnet. Achso. Loll, man kann das Schwert aufhören. Echt? Na, ich kann das... Ich sehe das auf jeden Fall. Ich hab. Glocke lässt ganz viel Zeug liegen. Ich hab einen Dietrich gefunden, glaube ich, gerade, ja. Oh nein! Oh Gott. Loll! Ich bin tot, Alex. Oben sind drei Leute oder so. Ja. Oh Gott. Guck mal, ein Speicherpunkt. Ich bin ein Profikletterer, gucke. Gucke. Bleh, erstmal kotzen. Scheiß Magersucht, ey. Okay. Ah, das ist der gleiche Raum, okay. Da den Dietrich zu verschwenden ist natürlich Bullshit. Ja. Also, ich war jetzt gerade, ich bin jetzt gerade hier hochgeklettert. Da musst du echt aufpassen, es sind drei Leute. Wir müssen die vorher ausschalten, ey. Ich heil mich erstmal wieder, dass du auch wieder mehr Leben kriegst, nächstes Mal. Ah, hier ist eine Treppe, guck mal. Ja, von da, genau. Warum ist die Musik so laut? Okay. Auf dem Dach ist einer drauf. Ja, man kann aber auch von hier. Ich bin auf dem Dach jetzt. Äh. Ah, der guckt genau zu dir. Den kill ich gleich mal. Ja, der guckt genau zu uns hier sozusagen. Okay, warte, da komm ich einfach hin. Hier ist total dunkel. Ich glaube nicht, dass man mich hier irgendwie sieht. Ich hoffe, ich hoffe, es ist nur der eine Typ. Ja, es ist nur der eine. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Kamera auf jeden Fall auf die andere Seite tun muss, weil man deinen Lebensbalken nämlich gar nicht... Achso, mein... Ah, ja. So, ich habe hier oben einen Weg. Oder, guck da, oder unter dir, direkt unter dir ist einer. Hä, wo denn? Im Haus? Der läuft direkt unter dir, ja. Im Haus, ja. Also, ich komme da eh nicht rein von hier. Achso, okay. Ich gucke gerade, wie man hier vielleicht weiterkommt. Müssen wir da überhaupt rein? Ja, ne? Ja. Auf jeden Fall noch einige. Ich gucke halt, ob hier irgendwo ein Loch im Dach ist. Ja, hier hinten ist, glaube ich, eins. Oder? Ja. Ja, hier. Oh Gott. Hier ist auch eine Tür. Hier sind zwei Türen. Ja, dann gucken wir mal durch die durch. Ah, das ist die Außentür. Alex, ja, da kommst du jetzt zu mir quasi. Das ist ja super. Und hier ist die Haupttür. Tja. Wie machen wir das? Ahnung. Es sind auf jeden Fall zwei mindestens da drin. Ich habe mal die Tür hier aufgemacht, damit man die flüchten kann notfalls. Hol dir doch einen Klon. Na, ich mache jetzt hier die Tür auf. Hier, so. Die Tür ist auf. Ah, die Tür. Okay, ich sehe sie. Wo ist hier die... Ist rechts von mir einer? Ich sehe einen, zwei, drei. Drei Leute in einem Raum. Ja. Wechseln. Ich gehe da immer in dem Raum rum. Der guckt dann da aus dem Fenster raus. Kriegen wir den anderen irgendwie von der anderen Seite? Ich bin jetzt hier... Weil da steht einer mit dem Rücken zum Fenster. Ich bin jetzt über den, ne? Ach du Scheiße. Das ist ja richtig kack. Hier sind vier sogar. Quatsche. Dann hier durchs Fenster rein. Mama, ich kann hier Wasser vergiften. Vielleicht trinken die das einfach irgendwann. Soll ich das mal machen? Ja, mach mal. Ja, mach mal. Kann ich nicht. Doch, jetzt. Ich habe reingekotzt. Vorsicht, da kommt jetzt einer in deine Richtung. Ja. Die Frage ist, wie trinken die jetzt, ne? Gar nicht, wahrscheinlich. Das ist ja gar nicht so leicht. So, eins, zwei, drei. Nur drei, oder? Ja. Okay, einen könnte ich kriegen. Ja, warte. Ich kann auch einen kriegen, warte. Sehen wir bei dir da im Fenster? Ja. Okay, warte. Jetzt oder nie? Nee, noch nicht. Jetzt geht es gerade nicht. Aber du kannst dich ja töten, wenn dich keiner sieht. Es kommt einer zu dir. Pass auf, versteckt dich. Hier haben wir das Licht ausgemacht. Sehr gut, die sind jetzt beide aufmerksam. Vorsicht. Oh, der eine guckt jetzt gleich hier außen. Nothing to report? Okay. Okay. Ey, das war cool. Aus dem Fenster schmeißen, fand ich nice. Ich mach jetzt hier. Kannst du das Licht bei dir da außen machen? Nee, da kommst du auch nicht hin, ne? Okay, das Licht hat ja jetzt auch ausgemacht. Es ist komplett dunkel hier drin. Wir müssen warten müssen. Ah, lol. Die macht das wieder an die Schweine. Den kannst du jetzt... Kriegst du den gleich? Ich hab den soll erwachen, aber... Wollen wir einfach raus? Einfach weg? Ja, würde ich sagen. Aber der steht... Der steht... Ja, der steht aber gerade so, dass er mich wahrscheinlich sieht, wenn ich jetzt abhaue. Ah, es hat gespeichert. Okay. Ergreife die Flucht. Ah, süß da. Oh, leu. Er hat mich leider erwischt, weil ich da runtergefallen bin. Ist nicht so schlimm. Oh, nein! Nein! Oh, jetzt sind wir von vorne anfangen. Nein, er hat gespeichert. Oh, nein. Ich will aber nur leben jetzt, ne? Was? Was wird ihm denn los? Was wird Disco-Bade hier? Ah, okay. Okay? Ja. Was denn? Wenn wir nur noch flüchten, ne? Ja. Und das ist nur der Pro-Long. Oh, aber da kommt gerade so eine... Holy shit. Das war nur der Pro-Long. Dann machen wir jetzt den Part zu Ende. Im nächsten Part flüchten wir noch. Und dann, ne? So. Ja. Würde ich auch sagen. Dann sag mal. Tschüss. Hä? Wieso? Du bist dran. An-Mod gemacht. Nein, du hast An-Mod gemacht. Das ist schon Part 3. Ach so. Dann, äh, hoffentlich hat es euch gefallen. Guckt bei Flocke auf jeden Fall. Wobei, wir machen jetzt noch einen Part, wo wir flüchten und dann könnt ihr entscheiden, ob wir das weitermachen oder nicht, ne? So. Ja. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Und damit sind wir wieder zurück. Wir hängen das noch an den Part mit ran, weil ich habe gerade festgestellt. Flocke, guck mal. Der Fluchtweg ist echt weit weg. Oh shit. Wollen wir die zwei Gehen auch hier erledigen? Die haben auch schon... Oh. 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 Oh, steck dich. Hab ich. Ich hänge hier einfach nur so. Ich hänge hier ab. Okay. Komm raus. Ja. Ich hoffe, er sieht mich nicht jetzt und guckt hier runter. Oh Gott, er guckt die Ecken ab. Ich werde sterben, Flocke. Ich werde sterben. Du schaffst das. Du schaffst das. Du wirst nicht sterben. Der guckt echt die ganzen Kanten ab. Was soll das? Oder nicht? Der backt da rum. Bei mir. Ja, stimmt. Attacke. Must have left. Ich hab ihn getötet. Nein. Ich bin tot. Wow. Ich hab den nicht mehr gesehen. Hat er Rüstung gehabt? Ich weiß es nicht. Nein. Lohnt sich nicht. Geh einfach. Lohnt sich nicht? Ja, lohnt sich nicht. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal hier raus. Mal gucken. Hier. So. Ja, nice. Dann haben wir nächstes den Epilog. Ne. Prolog. Epilog ist er danach. Genau. Aber den ist noch abgeschlossen. Und da fliegen wir da hin mit der Beute. Oh, wie cool das aussieht. Oh, jetzt. Oh Gott. Okay, Statistik. Na gut. Das gehört dazu, ne? Guck mal. Hänge alle Plakate ab. Ja, Plakate haben wir geschafft. Aber wir haben minus 279 Punkte gekriegt, weil wir Alarm ausgelöst haben. Okay, das muss auf jeden Fall, wenn wir es weiter spielen, besser werden. Bist du uns viele Anzeigen vortragen? Na gut. Aber jetzt haben wir wenigstens das erste Kapitel sozusagen fertig. Jetzt könnt ihr entscheiden, ob ihr das cool findet oder nicht. Auf jeden Fall bei Vlog vorbeigucken nochmal. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.